Es geht wieder weiter mit Let's Play Oblivion. Im letzten Part sind wir weiter durch den Geheimkeller von dem Hofzauberer von Pravil gegangen und haben einen gigantischen Schlachtfisch gefunden. Und in diesem Part werden wir einfach weiterlaufen. Wo geht's denn hier lang? Ach, die Tür, die unmöglich verschlossen ist. Kann ich die von hier aus öffnen? Nein, schade. Wäre ja auch gut gewesen. Das ist nicht verschlossen. Ein Wunder. Aber dank dem Schlachtfisch habe ich ja jetzt wieder drei weitere Dietriche. Kein Gegner? Moment, wo geht's dort lang? Das ist ein einzelner Raum. Das heißt, dort wird irgendjemand sein. Moment, ich hab hier grad eine Taschendampe auf meine Mauskabel und das ist für das Schlossknacken ein bisschen hinderlich. Aber ich kann scheinbar sowieso nicht. Geht doch. Bin ich bescheuert? Oder so? Und Skamp. Backstep. Könnt ihr mir bitte Dietriche hinstellen? Danke. Hm. Ich hasse euch auch. Desto länger ich hier bin, desto mehr freue ich mich dem Typen etwas zu klauen. Da ist ein Gegner. Ich hab seinen Schatten gesehen. Aber der sollte wohl nicht hier sein, dieser Schatten. Keine Dietriche. Keine Dietriche. Und natürlich keine Dietriche. Hi. Ich bock dich kaputt. Hey. Moment, bleib stehen. Oh, Moment. Ich müsste mich heilen. Hatte er nicht eben noch ganz wenig Leben? Deshalb hab ich nämlich eigentlich auf ihn draufgeschlagen. Ich bin verwirrt. Nein, doch. Er hatte wenig Leben. Komisch. Da hatte ich scheinbar wieder einen anderen Gegner. Dank dem Spiel anvisiert. So wie mit den gemalten Treuen. Da ist ein Inwards. Was macht der denn hier? Ist das? Ach, das ist eine Ratte. Ich dachte eben, was ist denn da? Weil mich da einfach nur so ein Kopf angeklotzt hat. Noch irgendwie Wasserratten, Schlammgraben, Tremora-Ratten, Wasser, Wasser, Tremora-Ratten. Nein? Gut. Alte Holztür zu Pravil-Höhle des Hexenmeisters. Ich beichere, weil ich kaum noch Dietrich habe. So. Ne? So viel dazu. Sehr gut. So muss das. Okay. Lass mich raten. Ich muss ganz weit laufen und hab verschlossene Dinge vor mir. Und bekomme keine Dietriche. Ja? Gut. Gut. Schöne Stufen. Okay, wo ist der Gegner? Wahrscheinlich hinter dieser Tür. Die bestimmt verschlossen ist. Ja, sag ich doch. Das heißt, ich geh da nicht lang. So einfach ist das. Okay. Okay. Da oben ist auch keiner. Das war eine Säule. Und kein Gegner. Immer noch schöne Stufen. Irgendwie finde ich, sieht das Schwert aus wie aus Plastik. Ich hätte, das Tor ist verschlossen. Aber vielleicht ist dahinter jemand, der es aufschließt. Hey, nein. Du sollst das hier aufmachen. Ah. Ich bin so gut im Schleichen. Geht doch. Danke. Und lass mich raten, sie kann das Tor nicht öffnen. Mal sehen, ob ich's höre. Nein. Was? Oh, nee. Die hat das... Die steht so nahe am Gitter, dass sie das Vieh hier bei mir beschworen hat. Hm. So geht das schon mal nicht. Aua. Okay. Moment. Ach, nee. Komm. Vielleicht verliert sie mich hier. Oder so. altbekannter Spiel. Sehr gut. Da ist noch ein Tor. Können die hier nicht Schlüssel hinhängen? Oder so. Oder so. Wenn dich sehr zuvorkommt. Oder irgendeinen unverschlossenen Umweg einbauen. Natürlich keine Liedrischung. Da sind auch keine drauf. Hätte ja sein können. Und im Hintergrund hört man wahrscheinlich den Wasserhahn. Vom meinem... Vom Badezimmer. Was direkt neben meinem Zimmer liegt. Ich kann eigentlich auch gleich hier speichern. Hm. Komm schon. Danke. Moment, das ist so schwierig verschlossen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Alter. Okay. Ich gehe zum anderen Tor. Hinter mir ist nichts. Und das ist natürlich offen. Lustig. Sehr lustig. Ich darf jetzt mit einem Dietrich eine schwer verschlossene Tür öffnen. Na? Aber dich töte ich erst mal. Weil du sowieso zu dumm bist, um irgendwas zu merken. Sehr schön. Das Schwirren des Bogens und das Schabgeräusch des gefiederten Pfeils sind euch vertraut. Und als frisch gebackener Schützenderling könnt ihr nun die Bogensehne mit aufgelegenem Pfeil halten, ohne dabei zu ermühen. Aufgelegen. Interessant. Interessant. Ich speichere nochmal. Jawoll. Ich bin ein Meister des Schlossknackens. In diesem Spiel. Aber die ist unnötig. Die werde ich nicht versuchen zu öffnen. Ich kann es zwar scheinbar manchmal, aber ich will es nicht herausfordern. Dietrich, bitte. Verschlossen. Nein, nichts. Gar nichts. Na gut. Mist. Und dasselbe Spiel nochmal. Na, danke. Yay. Dieses blöde Mauspad, ne? So. Mist. Ich werde das wohl lange pausieren. Ich habe es geschafft. Es ist mit einer Dauer von 5 Minuten getroffen. Sehr gut. Ein Erfolg nach dem anderen erzielt. Und hier renne ich einfach durch. Ich wurde eh schon gesehen, also... Pff. Egal. Nix zaubern. Du bist tot. Hallo Fatis Ahren. Egal. Ich darf ihn töten. Aber er ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Der Geist hat ihn abgeschossen. Also, sein eigener Geist hat ihn abgeschossen. Dadurch habe ich jetzt drei Schlüssel von ihm. Einmal hier für seinen ganzen Distrikt. Hey, ich will da rein. Ähm, das Schloss Bravil. Und... Das letzte habe ich nicht gelesen. Wo kommen die jetzt her? Das finde ich nicht nett. Lass mich in Ruhe. Bäh. 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 Uff. Sehr gut. Okay. Das machen wir im nächsten Part.